Prozent MW2 noch zwei Runden noch zwei Runden dann hörn wir auf, ich interesse doch kein Schwein weil er hat dann noch nicht mehr da um was feuchte ich jetzt ein 2 1 1 das ist nicht wichtig mit der Achtung auf die Ferne muss sie angucken deine Muschi steht so nach dem Anki der Ruder Katschließner bis hinten Schirmtanner damit die achten das ist es ist schon jedes Mal jede Runde der erste Tod das ist behindert ich kann nicht so gut ich bin nicht so eingeübt doch ich darf nicht meine Eltern schlafen und so ja wir haben wir haben zehn von drei Mittag du Arsch ne, das sollte einfach nicht sein ich dachte, das ist ja schon etwas zu Ende gewesen du fährst auch, wenn du Gegner gewesen wärst wie bist du hier rauf gekommen, du Arsch das ist ein Leiter wo weiß ich was, das könnte ich am Arsch ich nehme jetzt wieder meine Arsch ich nehme jetzt wieder meine Arsch wenn ihr alle kleine Bubenflöcher wisst ihr was ich habe die ganze Zeit auf den gewartet aber ich wusste tatsächlich jetzt dachte ich, er ist weitergegangen weil er nicht kam also die kommt immer genau dann wenn man es nicht erwartet ist das ist so scheiße, ne? das ist so scheiße, ne? richtig unter 40 richtig unter 40 Ficker hier ich messe den jetzt einfach für den A.O.G. Ranger-Mester jetzt geht's, geht's auf Fresse der scheiße ist das das Vorrede habe ich erst lange da war ein Tugger aber ich habe einen Hedgehog gegeben und trotzdem war es kein Hedgehog das war ein ganzes Mal der Kill da war nur einer da war nur einer der Unscherz, egal wo ich langlaufe immer wenn so eine Waffe zum auffiegen ist ist er irgendwie immer mit Granat werfen was für Nipser wenn ich einerseits gespielt das ist so geil spielen, ne? so viel Tugger das müssen nur ähm, das Spiel das wird gar nicht mehr gepatcht ich weiß schade eigentlich ist zu halt aber ich finde das ist das ist das überhaupt das beste COD was ich kenne ich bin ja auch die Besser ich bin ja auch die Besser wir müssen noch mal wir müssen noch mal eine mit 2 nur mit betrachten so ähnlich und der Hauptsache ich gehe einmal rein alles am Campen ja wie viel Grad haben wir es bei euch das ist bei euch das ist bei euch ich hasse den Söllen oder Söllen Junge der sitzt immer irgendwo am Campen und immer wenn du kommst ich bin der ist durch die Wand gekillt mit Messer wie soll denn das gehen wie soll denn das gehen erommt richtig zum mit sie mal richtig gut bis zu tun sie das alles tun sie ist es schon wieder er hat dann in ihrem treten auch viel vorgabe mir wenn wir einmal zurück oder er ist ja so das gibt es nicht in den bauch eingeschossen und dann ja nee ist klar ihr habt schon viel zu bekommen sich verarschen aber ich lebe noch, ich lebe noch ich kann so nicht vernünftig spielen wenn man YouTube wird da schon wieder ACHTUNG! FEINDLICHE VORRÄITE! Fick dir gleich so in den Arsch, ne? ich glaube irgendwie das ist wirklich ein Spiel was man nur privat spielen kann das ist im öffentlichen echt unmöglich wir hätten auch privat machen können, frei für alle ja zu dritt ich glaube dann machen wir die nächsten Mal vielleicht machen wir ein, zwei Folgen ACHTUNG! FEINDLICHE VORRÄITE! Fickt euch doch alle! wir kriegen gleich Nervenzusammenbruch ich hab halt nen Tube gegen den Kopf bekommen, ne? ich hab nen Headshot kassiert, ich hab nen Tube verarschen Alter, leck mich doch am Arsch Alter, 15-3 so sieht meine KZ fast immer aus aber dann konntest du mich grad voll an mach! 7-10 fängt doch doch ihr Hurenzöne ey Ehehe Ich kett seinen Tau, oder? fricki Esther, salamalaikum Ine Ernsthaft? ich hab ja schon wieder fast was ihr habt und dann... Tube Lug was die Unzüge die Töchter ist doch auch die Europäer das ist wichtig und ich hoffe was du bekommen hast nur am Team er hat sich schon ein und machen wir noch mehr nicht